willkommen zurück und meine frisur hat den gerst aufgegeben ist jetzt irgendwas es ist irgendwas schaut ein bisschen wo ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da das wochenende da ist er ja der baum wo ist der kopf kommen sie an eine stelle an der sie sehen dass sie endlich wach sind ich kann es einfach nicht fassen dass man sie diese blöde zeremonie durchführen ließ wenn ich rede hören sie zwar zu aber sie nehmen es nicht in sich auf wissen sie was ich meine ich habe auch noch nie so einen baum gesehen naja ich meine ich rede zwar mit er ist um mich herum gewachsen vielleicht weil ich ihn immer nenne ist sein wahrer name ich sag herbert weil ich das lustig finde die brüten wir töten nicht weibs naja so könnte man es wohl sehen ob saß mir früher auf dem kopf und hat eines tages dort wortzeilen geschlagen wenn sie verstehen was ich meine tja irgendwann ist er über mich hinausgewachsen und ich saß mehr oder weniger drinnen fest ich kann mich kaum noch erinnern zusammen mit einigen anderen leuten erforschte ich eine art militärstützpunkt ich glaube er nannte sich mariposa wir waren ziemlich tief drinnen und sind auf ein paar seltsame fässer dieses grünen schleims gestoßen das letzte an das ich mich vor meiner ohnmacht erinnere ist das etwas meinen freund umgehauen hat wir können sich ja gar nicht vorstellen doch viel besser ich mich freue das zu hören vielleicht in diesem raum blende zu viel verdammt schaut das scheiße aus wir freuen uns das zu hören ich möchte um einen sehr einfachen gefallen bitten würden sie mich bitte umbringen ich wünschte es wäre so einfach nein 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 es gibt nur eine einzige art auf die sie es tun können machen sie sich ihretwegen keine sorgen wenn sie beschließen hinabzusteigen werde ich mit bürtsch und dem rest der band ein würdchen reden normalerweise verstehen sie kein einziges wort von dem was ich sage aber ich werde es ihnen schon irgendwie begreiflich machen Langzeit hatte ich diese verdammten kronkorken immer einstecken aber ich glaube eine taschen stecken in diesen büschen dort drüben ich glaube ich glaube meine taschen stecken in diesen büschen dort drüben Die Höhlen unter mir sind sicher voll hübscher Dinge, die sie nehmen können, um mein Herz zu erobern. Greifen sie zu. Wie soll ich das denn anstellen? Ich kann mich ja kaum noch bewegen. Wegen Bob werde ich sehr, sehr lange nicht mehr in der Lage sein, überhaupt noch irgendetwas zu tun. Wie soll ich das mal erklären? Ich fühle mich in letzter Zeit ziemlich ausgebreitet. Ich glaube, Bob hat meine Innereien etwas auseinandergeschoben. Es lässt sich nur schwer sagen, wo alles sitzt, aber das ist ja bei den eigenen Innereien schon immer so gewesen. Ich glaube, ich glaube, dass Bob einige meiner Organe in sein Wurzelwerk verlagert hat. Ich will, dass sie in die Erde steigen und mein Herz zerstören. Okay, tut's mehr. Machen wir. Sie wollen's wirklich tun? Ach, Sie machen uns damit ja so glücklich. Ist es nicht so, Bob? Lassen Sie mir nur ein wenig Zeit, damit ich mich vom guten alten Bob verabschieden kann. Danach werde ich bereit sein. Oh, ich bin schon blendet, gerade ein bisschen extrem. Oh, ich bruchte ein bisschen witzig sein. Nein, nein, Herbert ist der Baum. Bob ist sein richtiger Name. Aber ich nenne ihn Herbert, weil ich das ziemlich lustig finde. Was denn? Ich bin auch noch hier drin. Ebenfalls das, was von mir noch übrig ist. Ich heiße Harold. Ich hoffe, da gibt's nicht zu fette Gegner. Pistole. Ich glaube, ich werde mich nicht durchmördern müssen. Ich glaube, ich werde mich durchmördern müssen. Wo ist mein Team? Oh no. Wo ist mein Team? Wo ist mein Team? Ist das ein Bett? Oh, wo kommt ihr denn her? Gute Leute. Das Kind. Der Einzige, den ich nicht vernichten kann. Hier ist es wunderschön, nicht wahr? Ja, ja. Genieße es sobald, solange du es kannst. Sie sind also von draußen, was? Sie kommen mir eigentlich ganz nett vor. Ja, ja. Ja, ja. Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich nie weiter als bis zum alten Tor gehen soll. Da drinnen gibt es Monster. Ach, sie meinen Harold? Er ist wirklich nett. Wenn ich sehr einsam bin, gehe ich manchmal in den Haien, um mit ihm zu reden. Manchmal rolle ich mich sogar ganz fest zusammen und schlafe neben seinen Wurzeln, wenn ich schlecht geträumt habe. Ich sage ihm, vor was ich Angst habe, und er sagt mir, wovor er Angst hat. Dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht... Oh je, eigentlich ist die ganz nett. Tut mir leid. Dieses Geheimnis ist nur für Freunde. Ich wurde hier geboren, Dummkopf. Doch, nicht nett. Die Grundvoraussetzung ist schon mal, dass man auf der Welt ist. Sie sind witzig. Mögen Sie unter seinem Schutz verweilen. Okay. Können wir das Wasser trinken? Dünfrad. Was ist denn wert? Was ist das wert? Sind wir ganz voll? Ja. Können wir nochmal trinken hier? Ah, hier ist der Rest. Hier ist der Rest, Herr Bande. Cooles Outfit, Bro. Ich habe gerade überhaupt nicht deine Teile gesehen. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich bin zwei Küter Linden. Oasis befindet sich in der Nähe einer Ortschaft, die vor dem Fall der Bomben mal eine Bergbaustadt war. Als die Angriffe vor ungefähr 200 Jahren begannen, sahen viele Leute in den natürlichen Höhlen der Gegend schutzen. Das alte Tor am Eingang der Höhle von Oasis ist das letzte Bauwerk aus diesen Tagen. Tja, ich weiß nicht, ob der große Herrscher ein Gott ist. Ich meine, an sowas glaube ich nicht. Ich beginne allerdings zu verstehen, dass er etwas Besonderes ist. Größer als alle Kreaturen im Ödland. Ich bin irgendwie da reingeraten. Ich bin hier aufgewacht und einfach geblieben. Nach einer Weile bin ich zu einem von Ihnen... Brainwashing. Wir... Hm, nope. Ich sage dir, du liegst vollkommen falsch. Aus welchem anderen Grund würde er denn um die Hilfe eines Außenstehenden bitten? Die Außenstehenden sind hier, um uns vor unseren Feinden zu erlösen und diesen Ort vor dem Ödland zu schützen. Aber nicht, um uns auszubeuten. Wie können wir Frieden predigen, wenn sie nur wollen, dass wir sein Geschenk für uns allein behalten? Das wäre nicht nach seinem Willen. Wenn wir zulassen, dass dieses Wunder sich weiter verbreitet, bringen wir ihn in Gefahr. Das kann ich nicht zulassen. Ich werde es nicht zulassen. Mein Gatter, wieder einmal stecken wir in einer Sackgasse fest. Ich schlage vor, dass wir uns helfen lassen. Einverstanden. Wozu hätte sonst ein Außenstehender den Hain betreten dürfen? Vielleicht ist es ein Test. Ja, das muss es sein. Ich weiß, warum Sie hier sind und bin trotz der Einwände meiner Frau davon überzeugt, dass Sie tun werden, was für Oasis das Beste ist. Schließlich hat er Sie ja auserwählt. Und er würde uns nie in Gefahr bringen. Ah, er stellt sie auf die Probe, genau so, wie er es mit uns gemacht hat. Er will prüfen, ob ihr Glaube stark ist, indem er diese unglaubwürdigen Geschichten erzählt. Wer sonst als ein Gott könnte das alles schaffen? Keine Sorge, Sie werden die Dinge bald genauso sehen wie ich. Ja, ich habe auch schon seit Längerem über dieses Rätsel nachgedacht und ich glaube, ich weiß, was er uns zu verstehen geben will. Die Macht des großen Herrschers wächst und wird schon bald die Fesseln dieses einsamen Tales sprengen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Oasis so die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es wäre sein Ende. Sie missverstehen seine Worte, mein Freund. Er will, dass Sie ausmerzen, was danach trachtet, ihn verwundbar zu machen. Könnte man denselben Saft, den Sie zur Eigenreinigung getrunken haben, auf sein Herz anwenden, müsste man die Verbreitung aufhalten können. Ich kann versprechen, dass ihm nichts zustoßen wird. Und das ist wirklich alles, was ich von Ihnen verlange. Nicht mehr und nicht weniger. Aus dem Weg. Ich kann mich nicht bewegen. Nicht. Natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Er will seine Wunde der ganzen Welt kundtun, um dem toten Ödland den Atem des Lebens wieder einzurauchen. Es bereitet ihm ungemein Kummer. Aber Birch erkennt den Schmerz nicht, der dadurch verursacht wird. Doch jetzt, da Sie hier sind, habe ich das Gefühl, dass bald ein anderer Wind wehen wird. Ich habe gehört, was mein Mann von Ihnen wollte. Ich schlage eine Alternative vor. Der Saft wurde von der gleichen Person gemacht wie das Einreibemittel. Wenn Sie sein Herz erreichen, wird es den Einfluss verstärken. Anstelle von Jahrhunderten dauert es nur wenige Jahrzehnte, bis das Ödland grün und fruchtbar wird. Ja, nur dass es nicht passieren wird. Zweighüter Cypress zu... Ich wünschte, Sie würden nicht zu viel streiten. Dadurch verschlechtert sich die allgemeine Stimmung. Das ist das. Ah... Füssi. Okay, Team. Rein da. Und wir uns das Herz. Weg, Choriko. Gule, haben Sie gesagt. Gule, oder? Gule sind gefährlich. Was wollte ich? Die richtige Misoners will. Was habt ihr gerade gekillt? Was zum Teufel haben sie gerade gekillt? Ich bin blind. Oh, mein Leks. Bedankt. So, und wir sind mal. Wie bisher kann das verküppelt werden, das Ding. Hopp. Guck mit, will rein. Hm. Den Milly. Okay. 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 Zerlegen wir es an den Beinen. Nein, nein. Oh, der hat wohl kaputt. Oh, verdammt. Ich wollte nicht lachen sollen. Was ist das denn in den Rücken? Bleib falsch von mir. Hm. Was ist da? Ich werde dir den Arsch aufreißen. Was ist das? Oh, König. König. Er schwimmt eine Runde. Ich habe mir besser ein paar Drogen rein. Ah, Psycho habe ich vergessen. Er ist gerade gesendet, hätte ich da drin. Irgendwie lustig. Wo ist er hin? Oh, boy. Ist doch nicht mal lustig. Ein stärkeres, verdammt. Auch ein stärkeres. Hm. Kampfflinte könnte funktionieren. Luka-Granate auch. Hahaha. Gefährlich, 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 gefährlich. Okay. Sinn, Melee. Hauen wir drauf. Hauen wir einfach drauf. Ich will noch einmal reparieren. So, einmal reparieren. Was ist das Ding hier? Ist das das Beste, was du drauf hast? Was macht der Typ? Oh. Oh. Zur Hölle, ja. Ich müsste die Poolparty. Ich muss hier nicht schwimmen. Nein, ich will nicht trinken. Oh, boy. Nein, ich hoffe, ich muss nicht tauchen. Danke. So. Das Letzte, was ich brauche. Tauchen. Wo wollte ich, dass ich hingehe? Ach, Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, ich habe zu viel Angst vor dem Tauchen. Die würden das noch nicht machen, dass man da stirbt, oder? Da gibt es auch nichts, was mir beim Tauchen helfen würde. Oh, mein Sand. Okay. Okay. Oh. To them. Wirklich. Nein. Nein. Oh. 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 Das ist wieder Sonne. Frühstes kleines Gewehr. Ja. Uh. Ich habe Fettschaden gemacht. Okay. Hat es mal ein Team überlebt? Nein, haben sie es nicht. Nur ich und das Gleichgewichtgewehr. Gleichgewichtgewehr. Ich weiß, im vorigen Weg gibt es ziemlich viele Stellen, wo man viel zu schlecht stirbt oder viel zu schnell stirbt beim Tauchen. Das ist wirklich mehr Rewards, dann. Und ist dabei. Ich sehe es dabei. Das ist das. Was bist du? Denster? Ah, cherry bonden. Am Brakes Brutzmittel, beste Loot-Ever. Oh. Eine Zigarette. Oh, das ist so viel Loot. Schlaf, ich hier auch. Uh, Vorkriegsbuch. Nein, nicht hier. Oh. Ist das Ding direkt um die Ecke? Das ist ein Jäger. Danke für den Tanks. Gleisgewehr. Kampf nimmt er. Werder mit. Ich weiß nicht, obwohl ich mir die Show fand. Irgendwie eine Runde schlafen hier. Mit Krücken. 5 Uhr. 5 Stunden reinhauen. Prost. Immer schön viel Wasser trinken. Okay, ist das Tag. Ja, ich glaub die Pfeilpistole ist ein bisschen von Arsch. Ja. Ich glaub das war der einzige König. Mal, äh, ich hab grad gedacht, was ist das für ein Radl da drin. Okay. Da ist er. Haha, wie ich das für ein Mist habe. Oh, nicht der einzige König. Oh boy. Und das Band verkrüppelt. Oh, er will mich, er will mich, er will mich, er will mich. um die Ecke schnell. Huuu. Huuu. Gibt's grad nicht. So, was ich dort mitgebracht habe. Jetzt wollen wir die Muni überall an das Haus geht. Was ist das, ein Generator? Hupf, tu Spass. Nicht wieder schwimmen. Okay. Die Pfeilpistole ein bisschen für den Dreck ist. Vielleicht macht es einfach was Gutes, sonst hilft mir total. Wenn wir gleich sehen. Richtig schon ein Griff. Bein verküppelt. Hopp. Ein bisschen langsamer, oder? Ja. Oh. Ich nutze es hauptsächlich weil ich so viel Muni habe. Rückpaket, right away. Aufbereitetes Steampack. Hm. Hat er die guten Sachen bewahrt. Okay. Mal Urkdote. und weiter die Höhle entlang. Das Level wäre fast zu hoch für nur Cherryko und mich. Wer wäre auf Gule gehofft, kann man sagen. Wer mit dem Leben. Nur Steine, verdammt. Nächste Tür. Gibt es irgendwo einen fetten Raum noch. Sonst müsste ich Kronkorgen-Minen-Taktiken machen. Okay. 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 Nein, Cherryko. Wirkzug. Verdammt. Und der Zweiter ist direkt dahinter. Okay. Okay. Richtig angriff auf Dogmeat. Verdammt. Dogmeat wird sterben. Ja. Hoffen wir, dass es überlebt. Psycho. Ich hau mir wieder die Drogen rein. Nadex. Und ich habe mir gerade eine Nuka-Granate in der Hand. Und jetzt. Hier geht's dogmeat. Ah, da hat noch genug Leben. Schaut euch das an. Da muss einfach eine Nuka-Granate hinein. So. Boom. Puh. 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 Ja. Der hat nicht mehr so viel Leben. Was haben wir da? 95? Ja, damit. Puh. 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 Sie hören mir einfach nie zu. Nur die einfachsten Anweisungen verstehen Sie. In allem anderen sucht Birch eine Woche lang versteckte Botschaften. Außerdem platzt er bei jeder Gelegenheit hier herein, beginnt diesen Unsinn zu singen. Manchmal sitze ich einfach ruhig da, nur um ihn verrückt zu machen. Eine Weile lang war das recht lustig. Aber langsam wird auch das langweilig. Okay, was habe ich verpasst. Was habe ich verpasst? Aufgabe. Oh Gott. Ich habe sein Herz nicht gesehen. Habe ich die Höhlen verpasst? Das ist hier die Höhle. Was zum Teufel. Okay. Da waren doch die unterirdischen Höhlen. Da habe ich anscheinend wirklich das Herz verpasst. Bam. Und schl氣. Fürst ist das sehr. Fürst ist das sehr. Was. Das ist das sehr, sehr. Ich bin derabord. Fürst ist das sehr. Wie steht der鬼. Wie steht der belly. Sind das nicht die richtigen Höhlen? Bin verwirrt, bin verwirrt. Hast du den Teufel? Okay, raus wird Jericho. Muss verstecken. Oh! Ich bin überlastet. Hmmmm. Tom. Wohin? 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 Okay. Mach mal in die Hülle rein. Irgendwas habe ich übersehen. Oh, verdammt. Habe ich das geschafft? Das jetzt nicht finde. Nur weiter schwimmen, mein Bruder. Wohin? Wohin? Na einen anderen Weg. Ah nicht. Wo ist das Herz? Wo ist das Seele? Oh Gott, ja. Alles verpasst, ich hätte ihn einfach verbrennen sollen, eine Nuka-Granate drauf, schön schmerzhaft. Das wird doch nicht das Herz gewesen sein, oder? Nein. Verdammte Scheu, den Läuster, wo ist das Herz? Wo ist das? Wo? Schöpfe dich, schöpfe dich. Wo ist das Herz? Ah! Ist sie in der Gegend, das mich killen könnte? War ich hier noch gar nicht. Doch, hier war ich schon, oder? Doch, Miet, verdammt. Übersehen. Oh! Ich habe einen Effekt bekommen. Vielleicht in dem Status anschauen. Naja, das ist es doch wert, oder? Oh! Oh! Was ist das? Brücktehülle. Das muss da ein wenig nass sein. Ja. Sofort sterbe, wenn der Sauerstoff weg ist, ich kann länger Sauerstoff anhalten. Über eine Minute. So ist ein Rettungsschwemmeiser. Das kommt dazu. Oh! Der große Herrscher ist tot. Von ihrer Hand erschlagen. Keine Sorge. Was? Sie müssen meinen Leuten in diesen schwierigen Zeiten verzeihen. Sie sind nicht gewohnt, allein da zu stehen. Und dieses Mal fehlen mir die Worte, um ihnen zu helfen. Ihre Worte sind sehr verletzend. Normalerweise hätte ich sie dafür von diesem Ort verbannt, aber mir wurden die Augen geöffnet. Bevor sie sein Herz erreichten, erzählte er mir von seinem Todeswunsch, den ich fälschlicherweise für ein mystisches Zeichen gehalten habe. Wie kann ich nur so blind gewesen sein? Wie konnte ich nur all diese Leute in die Irre führen? Wenn ich mir mehr Zeit genommen hätte, um ihn kennenzulernen, wäre vielleicht alles anders gekommen. Okay, okay. Wir machen hier gleich weiter, diese Folge ist mal vorbei. Bleibt bei 45 Minuten, das passt so. Pause! 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 Pause!